Wir sind jetzt ca. 20 Kilometer außerhalb vom Stadtgebiet Kaiserslautern im Natursteinbruch von der Familie Bikar und wir haben eine Sensationskulisse. Die Leute können hier campen, können hier zelten und das ist eigentlich genau die richtige Kulisse. Wenn du hier reinkommst, du schaltest ab, du kommst an und ich freue mich auf ein unglaublich tolles Event. Ja, wir haben ein wahnsinns Programm, aber eben total unkompliziert. Wir haben immer so ein Sammelsurium mit dabei und bei den kräftigen Rings brauchst du auch kräftige Aromen. Musik Musik Musik